Ein Geschichte von zwei Franken beim Boden am Brombachsee. Ein schöner Sunduch von die Erner und der Hans zum Boden am Brombachsee. Zum Boden ist eine fränkische Art zum, zum Essen gehen oder zum Radfahren oder zum Wandern gehen. Das Zum steht für Wollen machen, aber nicht zum Ausführen. Zum Boden gehen heißt, andere Leute beim Boden schwimmen, surfen, Radfahren, Zuschauer und kritisieren. Der aktive Zum Boden gehen heißt, heute gehen wir schwimmen oder jetzt kommen wir zwar, wir gehen wir schwimmen heute am Brombachsee. Die Erner und der Hans, die sind gekommen, keine richtige Schwimmen, denn in Franken schwimmt man nicht oder sie können gar nicht schwimmen. Das Schwimmen zu lernen war in Franken nicht so bekannt, weil es nicht viele Schwimmbäder gehen hat oder die Leute auf die Acker im Sommer viel gerbert haben. Jetzt wo der Brombachsee und die Altmüll aufgestallt worden ist, hat man das Schwimmer aktiv auch nicht mehr so richtig gelernt. Also sitzen die zwei auf einer Bank und schauen die Nemberger, die Vöder und die anderen Leute von nah und fern beim Schwimmer surfen, planschen und bunt vor und zu. Das Sunduch ist schnell vergangen. Zum Fiesneiheiten hat es grob noch gelangt und das Boden am Sunduch, das war wieder richtig schön.